strache geht nicht nach brüssel kurz lässt sich segnen und das rauchverbot kommt jetzt doch das waren unsere großen geschichten diese woche und auch in dieser kurzen woche blicken wir wieder zurück auf die wichtigsten themen hallo und herzlich willkommen zu ihrem wochenrückblick in der dritten juni woche auf krone tv heinz christian strache hat montag früh bekannt gegeben dass er seine eu mandat nicht annehmen wird das hat er in einem emotionalen video auf facebook erklärt darin bedankt er sich bei den wählern für die vorzugs stimmen sagt aber dass er erst wieder in die politik zurückkehren will wenn die hintergründe des ibiza videos aufgeklärt sind inzwischen möchte er die fp als einfaches parteimitglied unterstützen und auch seiner frau philippa bei ihrer kandidatur für den nationalrat zur seite stehen vermutet wird dass die fpö mit strache eine abmachung getroffen hat hätte strache sein eu mandat angenommen würde er damit nämlich wahrscheinlich der partei schaden im gegenzug für den verzicht soll also seine frau philippa in den nationalrat einziehen und strache soll sich ruhig verhalten zumindest für ein weilchen denn allem anschein nach dürfte heinz christian strache bei der wienwahl 2020 als spitzenkandidat antreten und vielleicht um das familiengehalt aufzubessern soll er nach der wahl im september einen gut bezahlten beratervertrag bekommen das ist insidern zufolge der deal auch sebastian kurz hat es diese woche schon am montag in die schlagzeilen geschafft und zwar mit einem besuch in der wiener stadthalle am vortag dort ging das finale des religiösen awakening europe events über die bühne an dem mehr als zehntausend junge erwachsene aus der katholischen der evangelischen und verschiedenen freikirchen teilgenommen haben der vp-chef wurde als bühnengast vorversammelter menschenmenge gesegnet das gebet wurde vom australischen missionar ben fitzgerald geleitet der hat zum ziel europa zurück zu erobern denn jesus höchstpersönlich soll ihm in einem feld erschienen sein und ihm diesen auftrag erteilt haben für den auftritt hat sebastian kurz so einiges an kritik geerntet manche sehen darin einen missbrauch der religion für wahlkampfzwecke peter pilz hat gemeint es ist peinlich wenn sich ein altkanzler an fundamentalistische religiöse sekten anbietet anbietet und für sich beten lässt auch fpö generalsekretär christian hafenegger hat von der überschreitung einer klaren grenze gesprochen die evangelische kirche nennt das segensgebet gar skandalös der ex-kanzler hat den auftritt verteidigt er habe nichts verwerfliches gesagt und vom segensgebet sei auch er überrascht gewesen so kurz möglicherweise und um von dem unüblichen segensgebet abzulenken hat övp-chef sebastian kurz montagfrüh überraschend zu einer pressekonferenz geladen der anlass ein angeblicher fälschungsskandal die övp sei von einem zunächst ungenannten medium mit angeblichen e-mails zum ibiza skandal konfrontiert worden diese seien aber gefälscht über den inhalt der e-mails hüllt die övp sich in schweigen sie würden aber andeuten dass die övp bereits lange zuvor von der ibiza affäre gewusst hat erst später kam heraus dass es sich bei dem medium um den umstrittenen blog eu infothek gehandelt hat die fp hat verlangt dass die affäre gründlich untersucht wird seit mehr als einem viertel jahrhundert ringt österreich um eine rauchfreie gastronomie ein allgemeines rauchverbot in der gastronomie wäre eigentlich bereits am 1. mai 2018 in kraft getreten ein entsprechendes gesetz wurde damals aber von der övp fpö regierung gekippt die wiener landesregierung hat dann also einen antrag an den verfassungsgerichtshof gestellt er möge die rücknahme des rauchverbots verhindern am dienstag dieser woche hat der verfassungsgerichtshof diesen antrag jetzt abgewiesen der vfgh sieht den rechtspolitischen gestaltungsspielraum des gesetzgebers bei der raucherlaubnis in der gastronomie nicht überschritten die övp will aber trotzdem dass das rauchverbot in der version eingeführt wird die schon ursprünglich 2015 geplant war das hat der parlamentsclub am mittwoch mitgeteilt somit sind sich also alle parteien außer der fpö einig das rauchverbot in der gastronomie sollte mit 1. november 2019 schlagend werden ebenfalls am dienstag hat der europäische gerichtshof die deutsche ausländermaut gekippt sie verstößt nämlich gegen eu-recht die pkw-maut hätte auf bundesstraßen und autobahnen kassiert werden sollen deutsche autofahrer werden ab wären aber im gegenzug für die mautzahlungen komplett entlastet worden indem die kfz steuer gesenkt worden wäre das hätte für autofahrer aus anderen mitgliedsländern aber freilich nicht gegolten deswegen hatte österreich 2017 vor dem eugh in luxemburg eine vertragsverletzungsklage erhoben in dem verfahren wurde österreich von den niederlanden unterstützt jetzt haben die eu-richter festgehalten die abgabe ist diskriminierend da ihre wirtschaftliche last praktisch ausschließlich auf den haltern und fahrern von in anderen mitgliedstaaten zugelassenen fahrzeugen liegt und am mittwoch ist es in graz zu mehreren brandanschlägen gekommen und zwar im grazer rathaus im bezirksgericht graz west und bei der bezirkshauptmannschaft graz umgebung ein mann dürfte brennbare flüssigkeit versprüht und diese dann in brand gesetzt haben der verdächtige wurde in der nähe des bahnhofs geschnappt es handelt sich um einen 45 jahre alten iraker der im bezirk graz umgebung wohnt das waren die großen stories diese woche und damit wünsche ich ihnen auch schon ein wunderschönes wochenende ich freue mich dass sie bei uns sind ein